PEGI 18 PEGI 18 Ich habe das nie gefolgt. Sie war für mich verloren. Wenn du dir Feinde machen willst, versuche etwas zu verändern. Wir schreiben das Jahr 2027. Es ist eine Zeit großer Innovation und technologischen Fortschritts. Es ist ebenfalls eine Zeit von Chaos und Verschwörung. Ich weiß nicht einmal, auf wessen Seite ich bin. Die Krawalle in den Straßen von Detroit gehen weiter. Die Demonstranten haben sich vor dem Betriebsgelände von Seraph Industries versammelt, einem Weltmarktführer in der umstrittenen Wissenschaft der Augmentierung von Menschen. Diese Leute, Adam, sind wie Geister. Stets im Schatten, stets hinter Lügen und ihren angeheuerten Söldnern verborgen. Du musst sie für mich finden. Sie dürfen uns nicht behindern. Sie dürfen die Zukunft nicht aufhalten. Ich hatte nie eine Wahl bei dem, was aus mir gemacht wurde. Wie fühlst du dich, Adam? Der Körper mag vielleicht heilen, aber der Geist ist nicht immer so anpassungsfähig. Die Konzerne haben mehr Macht als die Regierungen. Nein! Die Polizei hat das Feuer auf die Menge eröffnet. die Polizei hat das Feuer auf die Menge eröffnet. Sie werden nicht eröffnet. Du wirst sie nie finden! Ich werde niemals aufhören zu suchen. Es ist nicht das Ende der Welt. Aber man kann es von hier sehen. Untertitelung des ZDF, 2020